Hallo, ähm, herzlich willkommen zu der... Noch enthusiastischer, bitte. Das geht ja gar nicht. Auf jeden Fall ist es Spiel Nummer 9. Auf Arabia, ich bin Flank und das ist schon mal, ne? Boah, Pocket Koreans, was geht ab? Pocket Koreans. Oh, oh. Franken ist okay. Wer ist Franken? Ich. Nein. Franken bräuchten wir zum Beispiel in der Pocket und Koreans, was? Wie abartig sind diese Koreans? Wer ist denn noch Pocket? Fuck. So, nein. No. Ja, wo? Ey, nein, ich bin die Pocket von Al-Khalim, GGWP. Das heißt, du darfst mir helfen? Äh, nein. Ich würde sie sterben lassen und einfach imgehen und dann gucken, dass ich irgendwas gekillt kriege. Ich kriege Free Cannon Towers, hallo? Oh, das heißt, wenn ich irgendwas gemacht habe. Dann reiße ich meinen TC ab und mache einen Dusch zum Verbündeten hin. Ja, mach mal einen Dusch hin und setze ich neben den. Auf jeden, Junge, auf jeden, Bro. Boah, ich hab ja ein viel geiler, sonst Holz. Mein Holz ist ja auch ziemlich, also ich hab, vor allem ich hab drei. Drei und eins rollt mich von vorn ab. Nur mein Gold ist für'n Arsch. Ey, das ist echt geil, wenn ich den Holz von vorn einfach mal abfalle. So, close, later. Alles wird riesen, alles wird geil. Aber listen closely, Junge, listen closely. Aber wir werden ja sehen, wie das verläuft. Ja, wir werden einfach übelst gestorpt, wie von 50 Elefanten, die über uns herrollen. Und wir keine Beckeniere haben. Ne, wir sind alles Türken mit diesem Scheiß-Trash. Ich schwör' ich dir aber, Bruder. Schwörst du mir das, Bruder? Ich schwör' ich dir auf alles, Junge. Auf alles, was du willst, auf alles. Ich hab immer nicht mehr den ganzen Schäfkes. Da fehlen auch noch zwei. Muxu. Titigun. Timber-Koch-Wandy. Bist du Timber-Koch-Wandy? Der war schlecht, oder? Oder war der gut? Ich fand den irgendwie gut schlecht. Wenn man den auch nicht mal... So lustig, ich hab mir mal drüber nachgedacht. So lustig war, dass du nicht drüber nachgedacht hast. Irgendwie ist mein Gold beides an der Front. Und das ist schlecht. Das ist Käse. Vor allem, von meinem Gold trennt mich ein Wald. Oh, das tut weh. Und mein anderer Boar ist hinter einem Wald auch. Ja, du hast echt die übelste Karte der Nation. Ah, nee, der kommt jetzt zu meinem Dorfzentrum gelaufen. Nein, nein, ich hab einen Willi verloren. Ich hab einen Willi verloren. Dieser Scheiß-Lag. Immer noch mehr Punkte als ich. Dieser Scheiß-Lag. Ey, wie viel Pop hast du? Du hast locker zehn oder so. Ah, nee, ich hab elf. Ich hab zwölf. Und hab grad einen Willi verloren. Und wie kann man jetzt schon so viel einen TC haben? In dem man ein Loom ist, hallo? Ja, ich hab ja noch zwei Willis in der Production. Ich auch. Ah, jetzt hab ich drei. Du bist ein Gott-Junge. Das ist mir bekannt. Klopf dir bitte aber nicht zu hart auf die Schulter, ja? Mein Gott, ich hab zwar auf den Geschwass und der bleibt einfach ganz ungerund hinter seinem Wald stehen. Aber du darfst dein Ding swingen, wenn du Bock drauf hast. Ja, oder? Aber listen closely, Junge, listen closely. Ich find meine letzten Schäfges net. Das find ich unfair. Ich hab sie ja alle gefunden. Die Dom. Halt sie doch, Alter. Alles gut. Ich hab aber nicht alle Schäfges. Ja, ich hab hier noch zwei von dir. Ernsthaft? Der Monty hat mich gescoutet, der Monty hat mich gescoutet. Hast du wirklich noch zwei von mir? Ja, warte, ich schick sie dir. Ich dachte, das sind meine, hier hab ich dir aber weggenommen. Nein, jetzt geht der Nächste drauf. Jetzt geht der Nächste, wie die drauf. Nein, nein, ach. Machst du keinen Loom? Klar. Ich bin mit Loom jagen gegangen. Wie verlierst du den dann? Ich meine, das passiert unter mir. Indem die einfach unterm T10 stehen bleiben. Das gehört, das passiert nicht mehr an ihnen, Alter. Die bleiben eiskalt unterm T10 stehen. Was soll ich denn dagegen machen? Einquartieren. Ja, ich drück auf ein Quartier und dann, der bleibt stehen. Nee, ich geh nicht rein. Oh, nee, die gerne die Schafe nehmen. Oh, du bett, Bro. Das sind aber Dreckschweine. Oh, ist wieder ein Freeze. Ja, Monty, leave, please. Jetzt kann man es zumindest auf den Leck schieben, wa? Ja. Haben wir aber Glück gehabt. Verlieben wir auch keine Edo wegen Leck. Ich weiß, irgendwie wird alles perfekt. Oh, wie geht's? Oh, wie geht's? Glück gehabt. Ah, danke für die Schäfkes. Wollen wir nicht deine? Ey, dieser Delay. Lass mal gucken, gegen wen bist du denn, Al-Kalim? Ähm, da hab ich mich gescoutet. Ich fürchte aber Monty, weil der zuerst bei mir war. Oh, nein. Der wird dich so auseinanderreißen. Was mach ich denn als Maya Pocket? Mach ich irgendwie Passed Fast, oder? Ja, du machst Fast Castle und pumpst Plumes aus deinen Castles. Was ist eigentlich nochmal der Bonus der Franken? Haben die billigere, oder, ähm, äh, mehr Nahrungfelder? Die, ähm, Felder-Upgrades kosten nix. Ach ja, genau, das war's. Ey, ich hab zwei Schafe gefunden. Ein Schaf, von Monty. Das ist nice. GG. Das stand daneben im einsamen Haus rum. Jetzt kann er direkt aus-GG. Was geht bei meinem Holz ab? Wieso hab ich so viel Holz? Ach so, ja, ich weiß warum. Mit so ein Idiot. Sing, 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 sing. Ja, das ist passiert. Ja, Monty ist neben dir. Wie übel nah ist der bei dir, hallo? Äh, der macht einen Drush ernsthaft, mein Gott. Geist der Kraut. Äh, weil dich ab, ne? Du weißt, wie man sich da kann bei dir. Nimm dir, Alter, der Schling. Das ist das Problem, wenn ich mich abwolle, dann komme ich nicht mehr an Gold dran. Ach, ne, ach, ne, ach, ne. Ich hab, ich bin haust. Du kannst du in dein Ding mal nicht so. Ey, ich bin ne Pop hinten dran und bin haust. Das ist nicht wahr. Ja, super, ich bin ein Noob. Ja, komm. Vergesst mich in dem Game. Vergesst mich. Und das Hardware kommt drauf an? Ja, ich weiß, aber auf mich könnte er verzichten. Ich bin so schlecht für dieses Game. Ich gebe jetzt ne übelste Depritour hier einfach, damit die ganzen Zuschauer Mitleid mit mir haben. Äh, der Drush kommt wahrscheinlich jetzt zu dir. Also, der von Monty. Wie jetzt? Der kommt zu mir. Der ist von mir abgehauen. Nein, der kommt nicht zu mir. Ah, der kommt wieder. Danke. Bleib bei dem und mach den nass. Alles gut. Aber ich hab jetzt seinen Drush einge... Ach, ne, der kann hinten noch raus. Ach, ne, der kann doch hinten noch raus. Sorry. Fehlt Info. Okay, ich gebe noch mehr von mir auf Felder. Gott. Ja, kannst du mir aber auch Hans nennen. Danke. Mein Gold ist so scheiße. Oh Gott, war der scheiße. Welcher? Welcher? Ah, ist das schon wieder in meiner Woodline drin? Was ist denn hier gerade? Ach, meiner. Ja, das war kein Sitz, das war der pure Ernst. Das war so Loadinger. No way, Motherfucker. Lass mal jetzt alle resignen, einfach. Das war weiter rumheulen, einfach nur. Wee, wee, wee. Komm, wie die eigentlich schon feudal sind. Ah, ich bin schon feudal. Das hab ich auch rot gemacht. Das ist fast Castle feudal time. Oh mein Gott. Übrigens, ein TC ist hier. Und meins ist hier. Und das ist eindeutig zu nah. Jetzt kommt der Arsch wieder. Das kann doch nicht sein, Kollege. 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 Ihr seid sogar jetzt schon Kollegen. Was geht denn bei euch ab? Ja, in Nachbarschaft muss alles zusammenhalten. Ja, normal. Voll wie normal. Tja, der kann irgendwie nicht gut Micron. Wieso? Der hat schon zwei Dingens verloren, ohne einen Willi von mir zu killen. Ja, killen kommt es ja nicht drauf an. Der soll dich ja nur delayen, du voll. Ja, blöder. Ich hab ihn noch mal zum Zweifels gekillt mit meinem Dodge. Das ist gut. Liv, you can't rush. Nein, das tust du im Gefälligsten nicht. So. Oh, wie du dich abweilst, Junge. Ja, weint sich ab. Hier unser netter Herr von und zu. Wohl, nee, Horse Collar noch nicht. Ich will erst. Der ist jetzt, äh, ah, der kommt wieder. Mein Gott, ist das so. Trotzdem. Ich setze dir halt richtig hart, ey. Ey, ich bin ein Volldepp. Wo wall ich denn, bitteschön? Ich kann doch einfach hier wallen. Am Ende werde ich es packen, der nicht sieht. Jetzt müsste ich noch irgendwie an der Front schaffen zu wallen. Jetzt läuft es, ich bin eine Pocket. Soll ich dir ein Offensive Castle reinschmeißen? Nee, mach ne Defensive Castle bei dir rein. Also so bei, bei Steinen zum Beispiel, du wolltest. Ja, oder das, was du halt gerade sammelst. Sammler, Sammlerkarten. Platschkarten von Panini. Du bist so ein Vollbock. Danke. Du bist ein döder Wichser. Danke, damit kann ich, ich denke, ich denke, dieser ist ein Götz. Die Gelbe in einem Dickgold, der Camel. Also, das ist auch Pocket. Ich denke, Quark kommt mit Archers zu dir rüber jetzt. Zu wem? Zu Livio. Ein bisschen dem Byzantiner Delayen. Ich hab gleich Castle. Fuck off. Was ist denn jetzt schon wieder? Sick, WTF. Ach, komm. Wait, Pause. Pause. No. Ah, das ist wieder... Wie geht das Niveau hier mal? Was? Mal noch mal weiter. Und die Pferde muss man auch nicht. Weiß ich mal so, dass man nicht, dass man nur zehnmal anhalten darf? Ja, ja. Oh, der ist an der Castle Age. Der ist an der Castle Age. Yeah, Monty Scout ist down. Ah, ich brauch noch ein Haus. Haus. Haus, 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 Haus. Ich glaube, ich entwickle mal... äh, Kartoffe, um bisschen, ne? Ja, klar, du musst dir das mit mir freundlich sein. Ich bin Castle Age. I love you. Ich bin Castle Age. Just for you. Ja, das ist für die Flue. Oh, das ist für die Flue. Oh, das ist für die Flue. Oh, das ist für die Flue. Holz, gell? Holz, gell? Oh, Leute, ich bin immer noch am Leben, ne? Ja, mit 1000 Punkten. Very nice. Ja, 1000 Punkten, echt. Ich sag' ich... Verdammt nochmal, du bist der Letzter. Ist jetzt schon wieder los? Ich glaube, ich weiß, was los ist. Aber ich würd's nicht sagen. Ähm... Der Dim Salabim, der ist ja auch richtig geil. Der hat sich eingetauert, was geht. Ist ein richtig harter. Nein, ihr werdet keine Goldminer, seid ihr bescheuert. Ist eh doch nicht so hart zu deinen Willis, die meint auch nur Wut mit dir. Ja, aber ich schick nicht umsonst zwei Willis an ein Wollmchen. Hehehe. Hast du's noch? Ich will catch my thrift. So. Aber immer doch. Wie? Ich versuch jetzt mal so langsam irgendwo in die Nähe von Castle Edge zu... Oh nein, da kommt mit... Crossbows an. Too mad, bro. Ist Monty Pocket? Oh Gott. Nein, das ist Flank. Alter, dafür. Jetzt schon Castle? Und... Oh Gott. Oh Gott. Ich hab... Das ist doch schlimm. Das ist doch schlimm. Ja, ich hab einen einzigen Wall noch nicht gebaut und da ist er durchgelaufen. Also ein einziges Mauerstück. Weißt du wie man das nennt? Pech. Nein, das ist Pech. Ich will nicht dieses Flamige in mir haben. Und ich hab jetzt hier ein paar Crossbows in meiner Base gefangen. Aber ich weiß nicht, ob ich die da haben will. Ah, jetzt geht er in meine Woodline rein. Das ist aber auch ein Schlawiner. Oh, ein Schlawiner. Is der bei mir. Jungs, Alter. Jungs, Alter. Jungs, Alter. Jungs. Ist das jetzt wieder mein Ding für nichts? Nein, bin tot. Haha, wir haben ein bisschen ausgeht. im dritten zu nehmen es wieder auf einmal mit diesem Spruch kommt neid ich bin tot so ganz plötzlich so neid ich bin tot er hat mich gerade in der Blut ja ich bin keine Chance, typisch mit meiner Base drin wer ist denn bei der Base? der Käse Alter so gut ich bräuchte auch irgendwas wenn irgendwer irgendwas hätte hab nix hab nix, kauf nix er ist so, hallo na sie na da hier mal, okay ja okay, ja hier so ein bisschen koreanische Hilfe wird mir gut tun ne, ich gehe vor die Wupp, sorry das hat doch gefehlt was hat euch gefehlt? ein Harnes Lake, wo die Bühne geht hallo? das hat nicht gefehlt, ich tue es einfach so, der hat seine Rüstungsafe jetzt noch nicht, jetzt gehe ich mit meinem Willi aber voll drauf so, reiht mir das hier an reich, schläge ich glaube das war keine so schlaue Idee nein, sag an aber im Endeffekt ein Arscher weniger jetzt Alter, Quark sagt immer übelst Big Black Cooks wieso? Och weil ich mich fertig mache, Nights nicht mehr, weil jetzt die kleine Kameraden kommen, sind die kleine Rüstungsafe, also der ist jetzt 2.000 Nights in meiner Base drin lass alles den Kiel jetzt, in der Reihe nein, nein, ich habe vergessen, das hat keinen Sinn aber ist die viel zu weit vorne schon ich kann nicht spielen wenn ich keine Nights habe, das einzige was ich machen kann jetzt geht es wieder, ich spiele nicht mehr als gebeten guck mal, Allkalien ist tot ich bin am Arsch doch, wenn ich nicht mach mich, vielleicht Kaslan ist, und dann gehe ich das hier ab wenn wir spielen jetzt aber noch natürlich spielen wir noch es ist ein play wenig aufgegeben wie man auch steht überhaupt er nicht kommt in den Eidernstein abholen, der bringt wird zu schnell durch die hessischen Geizkäufe ich disse scheiße ich kann nicht spielen wenn ich als teke oder meier städter und konstall ja ja was du alles brauchst wir jetzt ja ich glaube wenn ich noch ein bisschen zeit bekommen dann kriegt ihn auch nicht fertig meiner base auch jetzt kommt er mit crossbows der nach der er oder ist er wohl kassel age wer krasser scheiß was hatten wir als was hat in der ding gemacht ja und die dürfen und war schon fast kassel drauf gezogen oder wahrscheinlich schon mein gott ist doch alles nicht mehr schön hier die Städte im Salat immer als GPD aufzütteln die Städte 160 Gold kostet dieses abgerät es wird auch nicht der Fikir kann ich jetzt nicht mehr als für ihn nicht ich glaube ich echt die gesandt Fakim Scheiß sie ziehen er muss keine Abgröße verleiten ganz im Papel ist ein Quartier und dann sind sie tot wieso habe ich gerade so eine Angst vor Mangel in meinem Dorf Libio, weil ich die Kasse bauen sollen die sollen mich erst mal killen ja weil ich die Kasse bauen sollen ich hätte ich glaube ich nicht mehr die Siebpflanzen sollen und nicht zum Gold und Stein mit die Siebpflanzen aber da kommt er wieder mit Art schon an ach du Schande mein Walling-Skill ist ja mal übertrieben geil also die sind düst dieser Lobby ist ja geil wieso ich übernimmst du deinen Spiegel ins Kerl wenn der geil läuft wir hätten uns auch 3 gegen 4 gefickt ja aber was willst du machen warum ist mein Scheiß 2k-Spiel nie da wenn wir sonst echt nur noch ein paar Games gemacht ist ja gar nicht mehr da f*** mal 6 an nicht Jordan ne der sehe irgendwie nicht nicht Jordan keine Warnschuss aber mir geht es ganz prächtig und dir aber die offensichtlich aufgeben Wieso sollte ich never ever give up jungen never ever give up IKMDG ist nicht mehr so lang gut wenn wir gleich Votes in die ICO aber die haben echt mit einem weniger gespielt oder war hier irgendjemand bei Grau ja nö was sind wir durchsicher Palisadenfälle und Skarmischer sogar die Skarmischer in Bo ja das ist mir bewusst auch die Nights beim Alter was ist da boah guck dir mal in den Punkt an ich geh noch voll ab obwohl ich nur geradet werde haha ich gönne mir jetzt auch mal Kartografie auf jeden ich hab Probleme irgendwie ich versuch es erscheint in irgendeine Armee aufzubauen kannst du bis zum Arsch jetzt gleich ich? ja wieso? bei dir kommen 100.000 Schützen zum Wurt wo zum Wurt? mhm zu welchem? weg weg ja die ich finde die Meier ist nicht mal gut bis ich die Planski Maasdorps in der Schöpfung haben heißen das haben die Blutdruck Lombard egal wie sich die Scheiß der Masterwalder der Prozesse Monti ist ihm Beufe zwar nicht schlacken aber viel zurück das ist ja man hier auch nun drastisch gemacht und dann hat was muss nichts das ist irgendwie ein Unterschied easy peasy easy peasy was hat er mit dem Braschen erreicht der hat mich jetzt ziemlich genervt okay ich hab noch einen Ritter Plankler übrig in der Nami wird die Leichte geben zu werden Alkoholien weil schon dass er 30 Wirtschaftsmodelle die Prozent die Hälfte der Brot hat ich hätte mich einweilen das ist nicht gut gemacht das machen wir die richtigen Upgrades die man immer machen soll auch machten so ist und er ist schön der Bericht am Ende meiner Prozent alle sei es im Salabim der Kurs der Macht O die Säge die Tiefel zu zu sagen ist richtig hoch er muss auch keine Abwehr zu sein Leitz er kommt zu mir kommt zu mir dass sich abschlachten über die Götter Oli Bozkommitieren Hans finden dass die Palisaden offen damit sie rechnen die Köln von unten das Schmiede es tut er ist er aber nur wo es es tut er denn die Person was Kassel hinein schaffst du glaub ich nicht mehr oder Mauer und den Zuhörn schnell was wo die Wurz das überall offen oder ist ein Loch der Duerling so wohl Normaum so Zwingen was du Wachtturm entwickelt Nein ich bin koreaner Junge auch und dann auch kommt noch Kostos die Niemann schon gut nach Schaden und die sie feiern klar wer darf ich gut auch die Sorgen und wenn sie nicht denn schafft er nicht ich bin auf 32 Popnik kann mich auffalten das ist nur weil die Wiese schlecht ist ja genau ja weg die haben wir verloren ja auch der 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 Mose nur gegen drei Leute gleichzeitig kämpfen und zu Köln danke Linio Welche drei denn? Simson Abim, Cameron und Quark Simson Abim war nie da doch der war auch bei mir der hat das Köln und Speere das Köln das Köln auch mann ich hätte mir helfen abwahlen soll ich voll Fickern das ist der Dicke 3 ist sonst kann da aber nix Hans da kommt gerade 10 in den Gaben von Upe auf deine Base das war ich da für dich aber die Burg kriegt doch noch die Burg kriege ich doch einen hab ich noch einen hab ich noch achte meine Bitte die Boots konnte noch deine Wägen oder nicht wo der da schon die Dicke wurden fucker of Leavers ey ich bin der Beste gewesen von allen hallo jetzt hast du doch nur gewohnt wow und ich dann ja und ich komm nicht mehr ja ok ey die Burg fällt noch die Burg fällt noch die Burg fällt noch komm schon die Burg fällt noch komm die bin ich noch falsch guck Prozent Worte für den Wurzeln gilt der Beste ich habe es traurig geht mein eigenes Leben er hat noch voll übelst es gibt es also bitte den liefen die in den oder so nachher da ist noch nicht verloren wenn ich nächste meine Kassen am Menschen schießt ich bin einfach die T-Sitz vorauf 6 die T-Sitz er warnt sich und die müssen durch russien in dem Fall war es egal weil der Körner nirgends an die Fichte war der Fakir Neuzerbauer auf 3.0 die Kürtel und der Zettel und der Zettel an den Prozess und die Flächen vertauschen soll mit dem Siebsehr er ein deutlich um was hat es zu tun die haben auch gute Ritter Livia was hattest du die haben auch geändert haben das Problem ist aber wenn ich gehe bei Meier jetzt ein paar Krass zu machen aber ich habe mir richtig richtig später gröschen bis ich das Ding oben habe ich kann nur den Führer schon Stalmer aber das war halt die Verlieben die Welt in den Betriebsen und Ehekunden in der Nähe mehr aufguckt die Spiegel an wo ich die Gesetze aber das auch wieder das Kraft die Fabian wurde ich jeden Tag ganz aber nur Abbaus und Brunstein schon eine neue Konkurrenz er hätte so war der Fall ob jeder die Kessel aber in die Welt nicht bauen die Bauaufgabe auf die so, wenn du beim Arsch bist, bist du auch mal ein bisschen ja, ich meine gegen dritte kann man ja mit ja, okay, ich bin am Arsch so, ja, kann schon sein ja ah, ist ja noch ein Kassel da, okay ich kann mal aufgeben hat das jetzt jetzt Let's Play Nummer 8 oder was? nehmen wir doch jetzt die von richtigem Sohn und das wäre echt mal wenn ihr so, ihr gebt direkt auf ihn naja